Wir starten trotzdem. Ich denke mal, da beißt die Maus jetzt keinen Faden ab. Wir greifen den Faden wieder auf und sagen, das sind die sieben Themen, acht Themenfelder. 2017 haben wir uns das angeguckt und diese Themenfelder, wenn du fotografieren willst, das wollte ich eigentlich mal sagen, ich schicke dir das aber gerne mit, ist auch kein Problem. Das heißt, die Aufzeichnung, die ich jetzt hier mache, werde ich gleich einscannen, wenn wir fertig sind. Und dann schicke ich euch sie als Mail zu, damit ihr die Protokolle sozusagen habt und die Aufgaben auch dann als Lösung vorliegen habt und so weiter und so weiter. Die Aufgaben schicke ich normalerweise auch immer vorher an euch raus, damit ihr die Zeit habt, euch das anzugucken. Keine Ahnung, wenn es einer nicht will, muss er ja nicht gucken, sage ich immer. Ansonsten ist das auch immer nur ein Vorschlag für das, was wir machen wollen. Naja, und du siehst schon, irgendwie sind diese Themenfelder, die wir hier so drauf zu stehen haben, irgendwie abzuarbeiten. Chemie mache ich nicht. Ich glaube, Chemie kommen die meisten ja auch ganz gut zurecht, oder? Also wenn einer sagt, er muss unbedingt Chemie wissen, dann sage ich mal, ja, keine Ahnung, also da kannst du dir die alten Prüfungen und das ist das, was ich jetzt hier predige. Da siehst du auch schon, was hier oben steht im Übrigen. Ich ziehe das mal so ein bisschen weiter runter. 1999. Das heißt, das sind die ersten Prüfungen, die geschrieben worden sind. Die besorgst du dir bitte. Sind wir uns da einig? Und jetzt ist es nicht mehr bis 2020, sondern natürlich bis 2021. Und wenn wir zwei kennen würden, ich glaube, dann hätten wir schon richtig mal was am Start, oder? Also besorgt euch die alten Prüfungen. Wie lange muss man so zurückrechnen? Das mal so für uns besprochen. Ich sage immer, bis 2010 solltest du den Mist irgendwie einigermaßen können. Einigermaßen können heißt, naja, von hinten, also von 21 Strich 1 rückwärts rechnen. Gucken, kann ich das? Und dann immer weiter in den Jahrgängen zuvor das probieren. Und wenn die Aufgaben sich wiederholen, dann hast du irgendwann auch keine Lust mehr, weil du merkst auch schon, wie oft denn nun noch. Wir haben uns heute, also ich glaube, das ist klar, das funktioniert. Und wir suchen uns zu unseren Sonntagsforen immer einzelne Themenfelder raus. Chemie wird nicht dabei sein, aber Elektrotechnik, Wärmelehre. Kräfte ist immer das, was am meisten so ein bisschen nervt, weil viele sagen, ja, habe ich doch im wahren Leben nichts mit zu tun. Kräfte und Festigkeit geht ja immer miteinander zusammen. Und Kräfte und Energie, ja, Energie ist ja nichts anderes als Kraft mal Weg. Also bitte, dann sieht man schon, dass mehrere Themenfelder sich eigentlich ehrlicherweise so überlappen. Aber um das so ein bisschen zu strukturieren, habe ich es dann halt so hingeschrieben. Dann kommt die Bewegungslehre, die machen wir das nächste Mal. Da geht es dann also wirklich hier um gleichförmige und ungleichförmig beschleunigte Bewegungen und so weiter. Und Statistik ist meistens auch ein Thema, das ihr eigentlich ganz gut könnt, sodass du eigentlich sagen könntest, kannst in der Sache verbleiben eigentlich tatsächlich diese eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs Themenfelder. Und das kann man dann mehr oder weniger dann trainieren. Ich habe Statistik natürlich noch ein bisschen mit reingenommen, um das eigentlich dann auf sieben dann auszuwarten, weil es ist nicht selbstverständlich, dass man das gut kann. So und das ist so die Vorgehensweise für alle unsere Sonntagstermine, die wir hier so haben. Wir greifen uns ein Thema raus. Ich mache Vorschläge und diese Vorschläge, die schicke ich euch wie gesagt zu. Die kannst du ja auch dann im Internet da irgendwo sehen. Mit den entsprechenden Übungsaufgaben, die ich da so ein bisschen ankündige. Diese Übungsaufgaben, die kommen alle aus unserem Übungspaket. Wir haben so ein Übungspaket, also Übungsaufgaben für die Prüfung. So heißt das Ding eigentlich. Übungsaufgaben für, ich glaube, PV-Prüfung NTG oder sowas. Heißt das? Ich weiß immer gar nicht, wie unsere Marketingabteilung, die ich letztlich selber auch bin, dann irgendwie ausdrückt. Keine Ahnung. Da kommen die Aufgaben her. Wir haben da mittlerweile, glaube ich, in der Summe 130, 131 mehr oder weniger gut oder schlecht gelöst, mit Videos hinterlegt. Aber wie gesagt, ich suche sie mir raus und versuche dann im Prinzip immer so ein kleines bisschen, ja, den Nerv der Zeit zu treffen, damit ihr also wirklich, wenn ihr hier rausgeht, so ein bisschen das Gefühl habt, war nicht umsonst. Weil es kostet ja auch Geld immer und nicht nur, dass man es sich nochmal neu angucken kann, sondern es kostet eben auch Geld und dann musst du was mitnehmen. Und dann musst du zumindest mal irgendwie Sicherheit gewonnen haben, dass du das alles nochmal irgendwie vertiefen musst. Ist auch vollkommen klar. Und wenn wir jetzt über Kräfte reden, dann weiß ich schon, also wir können ja jetzt mal so ganz kurz zusammenfassen, was wir schon eigentlich wissen, ohne dass wir da jetzt großartig eine Doktorarbeit draus machen. Also Kräfte, ich schreibe es mal hier hin, weil das ist dann vielleicht so ein kleines bisschen strukturierter. Kräfte, wie kann man das eigentlich im Grunde genommen beschreiben? Was ist eine Kraft? Ja, meistens ist es wie Strom. Strom kann man nicht sehen, Kräfte kann man auch nicht sehen. Ich habe hier zum Beispiel irgendwo immer so eine Art Moosgummi, weißt du? Und wenn ich da dran ziehe, dann siehst du, die Kraft selber kann ich nicht sehen. Aber ich sehe natürlich die Wirkung der Kraft. So und damit ist doch schon mal klar, dass Kräfte irgendwie eine gerichtete Größe sind. Na ja, wenn ich jetzt in eine Richtung ziehe, dann ist diese Reaktionskraft, die ich dort habe, natürlich abhängig von der Ziehrichtung. Ich hätte fast gesagt, der Balken, an dem vielleicht hier jetzt das Ganze festgemacht ist, wird natürlich in der Richtung, in der die Kraft zieht, auch belastet. Das heißt also, Kräfte können addiert werden und zwar nicht in der Art und Weise 2 plus 2 plus 2, sondern wir müssen sie grafisch und dafür gibt es einen Begriff. Kräfte sind Vektoren. Einverstanden? So und damit will ich also im Prinzip auch jetzt gar nicht so eine große, so einen großen Hype aufmachen und Vektoren sind gerichtete Größen. Gerichtete Größen. Klingt jetzt erst mal so ein bisschen blöde, aber in Wahrheit heißt das, die Kraftrichtung spielt also immer eine ganz wesentliche Rolle. Und da habe ich dann also dieses Beispiel mir herausgesucht und das müssen wir gleich verabreden. Darum mache ich das ein bisschen Vorgespräch. Hier haben wir also zwei Kräfte, die hier irgendwie an so einem Haken irgendwie ziehen. Und am Ende des Tages weißt du natürlich schon, wenn das hier der Haken sein soll, den habe ich hier einfach mal fotografiert, weißt du? So und wenn der dann jetzt in der Richtung gezogen wird, dann siehst du schon, was der Haken macht. Der will eigentlich da lang. Aber wenn eine zweite Kraft auch an dem Haken arbeitet, nämlich in der Richtung hier, weißt du, dann wird sich der Haken natürlich in der Richtung ausrichten wollen. Aber wir ahnen schon, beide Kräfte zusammen werden irgendetwas dazwischen machen. Und das wäre praktisch eine Übungsaufgabe, wo man mit den Kräften sich jetzt genau auseinandersetzen kann, wie man diese Kraftwirkung bestimmt. Und natürlich im Anschluss hier auch tatsächlich nochmal eine Festigkeitsanalyse macht, wie stark wird denn das Material innerlich beansprucht und so weiter. Das wäre der eine Part. Und dann haben wir den zweiten Part, von dem ich finde, der ist auch nicht schlecht. Da geht es praktisch um so eine Reibbremse. Und ehrlich gesagt würde ich fast sagen, damit würde ich gewissermaßen auch starten wollen, weil das sind so, wo die Drehmomente noch zum Tragen kommen und so weiter und so weiter. Und da müsst ihr mir so ein bisschen sagen, was euch da so mehr unter den Nägeln brennt. Die eine oder die andere Aufgabe, da musst du schon nochmal ansagen. Welche wollen wir zuerst machen? Ja, also ich will jetzt auch gar nicht lange warten, bis deine Antwort kommt. Ich denke mal, im Prinzip ist es ehrlich gesagt egal, weil beide Aufgaben sind für sich betrachtet unterschiedlich. Und diese Übungsaufgabe 21, glaube ich, die hat es insofern schon nochmal so ein bisschen inne, weil da muss man tatsächlich dann auch die Kraftwirkung noch bezogen auf den Drehpunkt. Und das sind Drehmomente. Also was will ich noch sagen? Bundeseinheitliche Formelsammlung, hier hatte ich fast gesagt, Prüfungsvorbereitung, Formelsammlung. Gut, die habt ihr natürlich und zwar für NTG nicht von 2018, sondern die neueste, wenn es geht. Ihr kriegt die ja ausgehändigt. Und wenn ich das jetzt hinterher euch veröffentliche, darf ich das hier jetzt natürlich. Das darf ich noch zeigen, aber in dem Moment, wo ich sie aufmache, muss ich das alles verpixeln. Also versuche ich das mal immer so hinzukriegen, dass es einigermaßen leicht für mich geht. Wenn es um Kräfte geht, dann heißt es im Klartext, such sie doch einfach mal. Und diese Formelsammlung, die musst du, wenn du in die Prüfung gehst, wirklich ganz, ganz, ganz genau kennen. Da darf keine Seite so zufällig sein nach dem Motto. Ja, weiß ich auch nicht, was da jetzt wohl stehen könnte. Keine Ahnung. Und hier steht das auch schon. Und jetzt heißt es, nimm dir die Formelsammlung, guck dir das an. Da siehst du schon, ein Vektor ist gekennzeichnet. Naja, durch einen Angriffspunkt ist klar, dass eine Kraft irgendwo angreifen muss. Das habe ich eben nicht gesagt. Dass sie in einer bestimmten Richtung arbeitet. Und das heißt im Klartext übertragen auf mein Gummiband. Weißt du, für die innere Beanspruchung des Materials ist es eigentlich egal, ob die Kraft hier vorne anpackt oder ob sie hier weiter dichter am Angriffspunkt liegt. Das heißt also, die Kraftrichtung ist entscheidend. Das heißt, die Gesamtkraft in einem Seil ist abhängig davon, wie viele einzelne Leute daran so ziehen und so weiter. Ja? Ja? Okay. Hatte eben was gehört, aber war wohl nicht so wichtig. Und natürlich auch die Größe. Das heißt, das ist der Begriff von Vektoren. Daran siehst du schon, wenn die alle in einer Richtung ziehen, dann vergrößert sich natürlich die Gesamtkraft. Wenn die Kräfte, und jetzt nimm das mit, weil ich sage mal die Formeln ableiten, das will ich jetzt natürlich nicht. Kann ich aber, das würde zu weit führen. Wenn du zwei Kräfte hast, die jetzt unterschiedliche Richtungen haben, dann kannst du diese Formel hier verwenden, mit der du sozusagen die gesamte resultierende Kraft hier herausarbeitest. Leider bekommst du dann nicht die Wirkrichtung, die hier jetzt vorliegt. Das muss man jetzt auch leider sozusagen sagen. Denn die einzelnen Kräfte, diese Winkel, unter denen diese Kraft läuft, die kriegen wir hier quasi gar nicht heraus, weil Alpha 1 und Alpha 2 sind meistens als Gesamtsumme gegeben, sodass man die Winkel, die jetzt hier praktisch für die gerichtete Kraft da sind, aus dieser Formel nicht herausbekommen kann. Solange man nicht eine von diesen beiden eben kennt. Und das ist manchmal schwierig, denn ich sage mal, gerade wenn du an die Drohne zum Beispiel denkst, da war genau der Punkt, wo du dann die Richtung bestimmen solltest. Und das konnte man mit dieser Formel mal nicht tun. Okay, komm, jetzt hast du genug gelabert. Schlag um. Schau dir die schiefe Ebene an. Die werden wir aber an anderer Stelle schon nochmal im Prinzip uns anschauen. Und wo hat er denn jetzt hier im Übrigen Zugkräfte und Druckkräfte und so weiter? Wo sind die denn? Hat er die hier überhaupt drin? Kräfte. Gewichtskraft. Muss ich dir nicht lange erklären. Formel steht da. Beschleunigungskraft. Was damit ist, werden wir noch ein bisschen trainieren. Aber hier stehen die einzelnen Kräfte. Federkräfte. Naja, habe ich doch auch am Start. Ob das jetzt irgendwelche Zugfedern sind, die man belastet oder ob man sich jetzt hier irgendwo eine Druckfeder herausgreift, die man zusammendrückt. Allesamt sind über diese sogenannte Federrate miteinander verheiratet. Das gucken wir uns an. Da sind die ganzen unterschiedlichen Kräfte. Reibungskraft ist dir auch klar. Wenn ich irgendwas über den Boden schiebe, dann entsteht daraus eine Reibungskraft. Sie berechnet sich immer aus der Normalkraft mal dem Reibungskoeffizienten, der eben in den Tabellen vorne steht und so weiter und so weiter. Bevor ich jetzt rüber marschiere, falls es da überhaupt noch was Schlaues gibt. Ja, Zentrifugalkräfte. Das heißt also, du weißt natürlich auch, wenn du irgendwo eine Milchkanne gefüllt mit Wasser im Kreis schnell genug drehst, dann wird das Wasser, selbst wenn es oben am Zenit steht, nicht herauslaufen, weil die Schwerkraft aufgehoben worden ist durch die Fliehkraft. Also hier die Zentrifugalkraft, aber Fliehkraft reicht mir schon. Also die gibt es auch. Auch das sind wieder Übungsaufgaben, die wir uns später nochmal angucken. Wir können in einer Stunde natürlich nicht alles machen. Heute fangen wir mit den Drehmomenten einmal an und schauen uns also an, dass es immer eine sogenannte Kraftwirkung gibt, die jetzt zum Beispiel wie hier an einem Schraubenschlüssel gekennzeichnet ist. Und die Kraftwirkung ist immer Kraft mal Hebelarm. Das sind die Drehmomente. Also sind Drehmomente auch ein Vektor? Mal so als Zwischenfrage. Ja, ein Drehmoment ist deshalb ein Vektor, weil er wirkt natürlich hier im Drehpunkt, aber in einer bestimmten Richtung. Er kann einmal rechts herum drehen oder links herum. Ich kann die Schraube anziehen und ich kann sie lösen. Das heißt also, das Drehmoment ist auch eine gerichtete Größe. Werden wir uns gleich nochmal in dem Beispiel auch anschauen. Und wenn du etwas finden kannst in der Prüfung und nun mal so nebenbei, dann werden wir da keine Doktorarbeit machen, sondern wir werden die Formel nehmen, die wir da haben. Und dann kann man natürlich sofort sehen, ob sich diese Bilderchen irgendwie wiederfinden, hier mit meinem Beispiel. Und ganz ehrlich gesagt, irgendwie funktioniert das hier jetzt gerade nicht. Und ich wollte auch mit euch jetzt im Prinzip nicht einfache Aufgaben machen, aber ich wollte sie natürlich auch nicht zu komplex herbeten. Darum fangen wir jetzt einfach mit der Aufgabe mal an.